Das Training für die Berge kann aus vielerlei Hinsicht interessant sein. Und bei unserer Umfrage haben 87% gesagt, dass sie sich für das Thema Training interessieren. Deshalb starten wir mit dem heutigen Tag die Serie Training für die Berge. Zu Beginn der Serie Training für die Berge möchten wir kurz erklären, für wen diese Serie tatsächlich am besten geeignet ist. Wenn du gerne in die Berge gehst, aber die kommenden Saison etwas fitter sein möchtest und vor allen Dingen mehr erreichen möchtest, höhere Berge besteigen möchtest, vielleicht auch weitere Distanzen als Weitwanderer gehen möchtest, dann solltest du dir diese Serie definitiv im Hinterkopf behalten. Wir werden in den kommenden Wochen Trainingspläne erarbeiten, aber nicht nur gesamte fertige Pläne, denn ich finde das ist gerade fürs Bergsteigertraining absolut unpraktikabel. Sondern wir werden vor allen Dingen Tools entwickeln und Werkzeuge entwickeln, mit denen du dann einfach arbeiten kannst, wie du es für richtig hältst und wie es zu deinem aktuellen Fitnessstand passt. Ich möchte dir keine Trainingspläne verkaufen, sondern wir entwickeln einfach einen großen Werkzeugkoffer zusammen und du schnappst dir dann einfach die Werkzeuge, die du brauchen kannst. Generell lässt sich bei dieser Serie sagen, diese Serie ist wie ein Supermarkt. Du kannst durchgehen und mitnehmen, was du brauchen kannst. Was dir nicht gefällt, lässt du am besten einfach liegen. Und jetzt starten wir in das erste Video in unserem Theorie-Blog ein. Los geht's! Der Grund, warum das heutige Video, was ihr wissen müsst, heißt, ist, dass ich, wenn ich von Training spreche, möglichst informativ an die Sache herangehen möchte. Ich will also nicht einfach nur irgendwelche stinklangweiligen Workouts oder Fitness-Humpeleien veranstalten, sondern tatsächlich auch ein wenig in die Theorie und die Pläne einsteigen. Denn dann wisst ihr, was ihr denn das ganze Jahr oder in der Vorbereitungszeit vor einer Saison so tun könnt, um fit zu werden und wie das auch mit System geht. Außerdem will ich, dass ihr auch wisst, warum ihr gewisse Sachen machen solltet oder manche nicht und nicht einfach ungefragt meine Infos übernehmt, nur weil ich sie euch erzählt habe. Also werden wir jetzt statt stinklangweiligen Fitness-Humpeleien stinklangweilige Theorie machen? Herzlichen Dank! Ich versuche euch, die Themen natürlich so knackig wie möglich zu präsentieren und wirklich nur das jetzt erstmal einzubauen, was ihr wissen solltet, damit ihr die nächsten Wochen auch noch eine Idee habt, wovon ich überhaupt rede. Ich will es nämlich dann in den kommenden Wochen nur noch erwähnen müssen und ihr wisst genau Bescheid, was ich damit meine. Nun starten wir aber endlich rein nach dem ganzen Geplapper, fangen wir bei der Frage an, was brauche ich überhaupt, um ein besserer Bergsteiger, eine bessere Bergsteigerin zu werden und längere, höhere und weitere Touren bewältigen zu können? Das ist doch die große Preisfrage, die uns allen irgendwie im Kopf herumschwebt. Machen wir es erstmal etwas grober. Grundsätzlich besteht unsere bergsteigerische Leistung auf drei Säulen. Die erste Säule ist die Kondition, die zweite Säule ist die Kraft und Kraft Ausdauer und die dritte Säule die mentale Stärke. Würde ich die meisten Bergsteiger jetzt fragen, wie die Verteilung dieser drei Säulen aussieht in ihrer hypothetischen Wichtigkeit beurteilt, dann würde es vermutlich so aussehen. Falls du das jetzt auch dachtest, ist es überhaupt nicht schlimm, denn das denken die meisten und das habe ich früher auch immer so gedacht. Doch warum das nicht ganz so ist, das schauen wir uns ja in dieser Serie an. Tatsächlich ist die Verteilung aber diese hier. Und das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen eine Überraschung. Wieso? Die Ausdauer spielt beim Bergsteigen natürlich eine riesengroße Rolle, aber unser Körper ermüdet oftmals nicht aufgrund des Herz-Kreislauf-Systems, sondern auch aufgrund der fehlenden Kraft. Die fehlende Kraft betrifft natürlich die Oberschenkel, manchmal auch die Gesäß- und die Wadenmuskulatur, aber vor allem wird eine Gruppe an Muskeln oft vernachlässigt. Die Rumpfmuskulatur. Mit einem stabilen und kräftigen Oberkörper lassen sich langfristig Haltungsschäden, Rückenschmerzen durch einen schweren Rucksack zum Beispiel und vieles mehr vermeiden. Die Bauchmuskeln, Rückenmuskeln und Schultermuskeln spielen dabei eine wesentliche Rolle im Bergsteigen. Fakt ist also, wir brauchen auch Kraft. Und diese Kraft über längere Zeit, also Kraftausdauer, die erhält uns vor allen Dingen die Fähigkeit auch nach drei Stunden ermüdender Bergtour immer noch die Kraft für Steilaufschwünge, leichte Kletterei oder schlichtweg steile, anstrengende Abstiegspassagen zu haben. Mentale Stärke ist die dritte Säule. Die mentale Stärke lässt sich aber weder am Laufband trainieren, noch am Bizepsumfang ablesen. Deshalb ist sie auch so ein oft vernachlässigter Bereich im großen Thema Bergsport. Mentale Stärke ist dafür verantwortlich, dass du mit viel Konzentration unangenehme Abstiege meisterst. Dafür, dass du in heiklen Kletterpassagen solide steigst und greifst. Sie ist dafür verantwortlich, dass du die Zähne zusammenbeißt und einfach weitermachst, obwohl du nicht mehr willst und kannst. Und sie ist dafür verantwortlich, dass du Trainingseinheiten hinter dich bringst, obwohl diese dich selten an die schönen Orte bringen, an die du eigentlich so gern wolltest. Mein Gott, ich höre mich langsam an wie so ein Mentalcoach oder so ein Schneeballsystem-Caspar aus YouTube. Also du siehst schon, die drei Säulen sind einfach alle drei gleich wichtig und wenn du auf die Säulen das Dach draufstellst, dann wird dir auffallen, nur so hängt das Dach nicht auf einer Seite. Bei den meisten Bergsportlern hängt das Dach aber und die Hütte schaut einfach irgendwie nicht gut aus. Das wollen wir jetzt verändern. Schauen wir uns heute erstmal die Ausdauer in der Theorie genauer an, denn mit der werden wir uns auch in den nächsten Wochen mal in Trainings auseinandersetzen. Warum? Das ist gleich die erste wichtige Lektion. Die Ausdauer braucht am allerlängsten, um sich vernünftig zu entwickeln. Deshalb sollte man mit einer soliden Grundlagenausdauer auch so früh wie möglich starten. Aber solide Grundlagenausdauer? Was soll das eigentlich sein? Eine Grundlagenausdauer ermöglicht dir, die durchschnittliche Anstrengung deutlich leichter durchzustehen und damit gleichzeitig mehr Reserven für die letzten 10% zu haben. Ein bisschen Grundlagenausdauer haben wir natürlich alle. Meistens bei üblichen Gelegenheitsbergsteigern oder Neueinsteigern ist diese Grundlage nach 500 bis 800 Höhenmetern erschöpft. Danach geht es meist ziemlich stark an die Substanz. Die Belastung ermüdet einen und man will irgendwann nicht mehr so richtig. Aber naja, muss ja irgendwie. Wenn wir nun eine deutlich verbesserte Grundlagenausdauer hätten, dann würden aus diesen 500 bis 800 Höhenmetern plötzlich 1000 bis 1400 werden. Das bedeutet auch, dass wir die Touren bis zu diesem Limit stets gemütlich absolvieren, ohne große Anstrengung. Darüber hinaus haben wir dann immer noch unsere Geheimwaffe, die muss ja irgendwie. Somit sollte jetzt recht gut deutlich werden, wieso die Grundlagenausdauer so wichtig ist. Konkret bedeutet das nämlich nichts anderes, als dass unsere durchschnittliche Herzfrequenz niedriger ist. Und unser Herz kann eine niedrigere Herzfrequenz über sehr lange Zeit deutlich leichter halten als eine sehr hohe Herzfrequenz. Damit sind auch Reserven deutlich besser einsetzbar. Ja schön. Und wie kommen wir jetzt zu dieser Wunderwaffe Grundlagenausdauer? Dafür müssen wir uns das sogenannte Zonensystem anschauen. Hab nicht ich erfunden, sondern Physiologen und Sportmediziner, die um ein vielfaches intelligenter sind als ich. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz ab. Die Zoneneinteilung teilt unsere Leistung und konkret unsere Herzfrequenz, also ihr wisst schon, die Anzahl der Schläge pro Minute, die unser Motor das Öl durch die Leitung entschleust, in verschiedene Bereiche ein, in denen man sich jetzt auch bewegen kann. Jetzt muss man aber sagen, dass diese Zonen nicht eindeutig definiert sind, sondern nur prozentuale Richtwerte angeben werden. Also plus minus ein paar Prozent eben. Insgesamt gibt es fünf Zonen. Zone 1 bewegt sich bei ungefähr 55 bis 75 Prozent der maximalen Herzfrequenz, Zone 2 bei 75 bis 80, Zone 3 bei 80 bis 90, Zone 4 bei 90 bis 95 und Zone 5 von 95 Prozent bis zum Herzstillstand. Aber was soll denn diese maximale Herzfrequenz überhaupt sein? Für Läufer, und wir bezeichnen uns im Folgenden für die Trainingseinheiten einfach mal als Läufer, gibt es eine sehr simple Formel, mit der ihr eure ungefähre maximale Herzfrequenz ausrechnen könnt. Maximale Herzfrequenz ist gleich 220 minus Lebensalter. Lebensalter müsst ihr jetzt aber selber herausfinden, in die Formel einsetzen und schon habt ihr eine Antwort. Und wenn ihr jetzt noch richtig Lust auf Prozentrechnen habt, dann ist auch das Grenzenausrechnen bei den einzelnen Zonen gar kein Problem mehr. Kann ich euch leider nicht für euch übernehmen, ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid. Übrigens für alles unter Zone 1 gibt es ebenfalls einen Begriff, die sogenannte Regenerationsfrequenz. Das ist eine Herzfrequenz, in der euer Herz in entspannter Manier zwar schon etwas aktiver ist, aber die durch Blutung und Co. einfach angeregt wird, ohne dass ihr einen Trainingsreiz setzt. Sehr praktischer Bereich für spezifische Trainingspläne, aber ist jetzt am Anfang bei den Basics noch nicht enorm wichtig. Dass sich schlaue Menschen das Zonenmodell ausgedacht haben, hat übrigens einen Sinn. Denn jede Zone hat so seine Aufgaben. Und die Grundlagenausdauer, die trainieren wir in Zone 1 und maximal noch in Zone 2. Warum? Naja, wir wollen unser Herz ja über möglichst lange Zeit an eine grundlegende Belastung gewöhnen. Wir sind ja sehr lange in den Bergen unterwegs. Diese grundlegende Belastung wird über die Trainingswochen und Monate immer gewöhnlicher für das Herz. Und damit sinkt bei gleicher Belastung die Herzfrequenz. Somit sinkt auch die durchschnittliche Herzfrequenz und wir haben es am Berg etwas leichter. Sehr praktisch. Für unser Training bedeutet das nun, dass wir uns in der Grundlagenausdauer etwas Gutes tun, wenn wir in Zone 1 trainieren. Falls ihr übrigens keine lustige Pulsuhr habt, dann könnt ihr euch einfache Richtwerte ausdenken. Zone 1 ist diese Zone, in der man sich noch unterhalten könnte. Es ist zwar schon anstrengend, aber es ginge noch. Zone 2 heißt, man kann sich noch bruchteilhaft unterhalten. Zone 3 ist dann eher schon die Konzentration auf die Atmung. Zone 4 ist dann absolut Ende mit irgendwelchen Lauten. Und ab Zone 5, naja, das hält man sowieso nicht lange durch und das System ist im Ganzen überfordert. Aber wir sollten auch die ein oder andere Einheit in der Zone 3 oder 4 trainieren. Schließlich brauchen wir ja nicht nur Grundlagenausdauer, sondern auch etwas Kraft, um in schlechten Momenten, wenn der Wille und der Ehrgeiz durchschlagen, die nötige Power unterm Arsch zu haben. Aber prozentual sollte der Fokus definitiv auf der Grundlagenausdauer liegen, eben weil sie so lange braucht, um sich zu bilden und wirklich konstant trainiert werden muss, wenn man am Berg mehr Resultate erreichen will. Wie so ein Zone 1 Training aussehen kann, das schauen wir uns nächste Woche dann im Detail an. Dann nehmen wir euch mit auf eine klassische Zone 1 Trainingstour von uns. Da erklären wir dann auch nochmal Details zum Zone 1 Training. Das Zone 1 Training oder generell die Grundlagenausdauer, Trainingseinheiten, die können wir übrigens auch im Flachland, in der Ebene trainieren. Denn die Grundlagenausdauer peilt vor allem unser Herz-Kreislauf-System an und dem ist es herzlich egal, ob es bergauf, bergab oder im Kreis geht. Absolute Masochisten können ein Zone 1 Training theoretisch sogar auf einer Laufbahn absolvieren. Die Sache ist nämlich, dass diese Trainings immer einfach nur möglichst lange Einheiten sein sollen. Und mit lang meine ich richtig lang. Wenn ihr angenommen vier Einheiten für die Ausdauer im Allgemeinen pro Woche im Plan stehen habt, dann sollte eine einzige Einheit davon, nämlich eine Zone 1 Einheit, mindestens 40% der Gesamtbelastung ausmachen. Also bei einem langen Laufkontingent von insgesamt 20 Kilometern pro Woche wären das 8 Kilometer in Zone 1 bei einer Einheit und die 12 restlichen Kilometer Gesamtbelastung, die wären dann in den anderen drei Einheiten. Das Tolle an den Zonentrainings ist übrigens, dass euer Tempo dabei gar keine Rolle spielt. Ob ihr für Zone 1 nun spazieren geht, was ich aber nicht glaube, schnell geht, joggt oder laufen müsst, hängt ganz von eurem Fitnesslevel ab, mit dem ihr in dieses spezifische Training für das Bergsteigen einsteigt. Und wundert euch nicht, dass das Training der Grundlagenausdauer noch nicht so sehr mit dem Berg zusammenhängt. Am Ende ergibt dann definitiv alles einen Sinn. Außerdem habt ihr natürlich die Möglichkeit, die Zone 1 Trainings auch gerne am Berg zu absolvieren, wenn ihr einen Berg bei euch in der Nähe habt. So reduziert ihr dann durch die Steigung einfach das Tempo und zack, seid ihr auf Zone 1. Aber wie gesagt, ein Zone 1 Trainingsvideo gibt es dann nächsten Donnerstag. Ach ja, da wir in Zukunft jetzt jede Woche Workout-Videos produzieren, Pläne mit euch gemeinsam ausarbeiten und an eurem Fitnesslevel fürs Bergsteigen arbeiten, solltet ihr euch auch um eure Gesundheit Gedanken machen. Bevor ihr jetzt den Leistungen der Trainingsideen hier nachgeht, sollten, weil diese Trainingseinheiten eben nur gesund und ohne kardiovaskuläre Krankheiten oder physiologische Einschränkungen gemacht werden sollten, definitiv vorher klar sein, dass ihr wirklich fit und gesund seid. Alles in ein Video zu packen wäre bei jetzt für den Anfang vielleicht etwas viel. Deswegen werden wir diese Thematiken jetzt Schritt für Schritt und einzeln aufbereiten und so darstellen, dass ihr dann keinerlei Schwierigkeiten mehr in der Nachvollziehbarkeit haben solltet. Ganz wichtig, abonniert den Kanal und drückt aufs Glöckchen, damit ihr auch nächste Woche informiert werdet, wenn es mit dem ersten Praxisvideo zum Training für die Berge weitergeht, in unserer großen Serie Training für die Berge. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghall.